So, frisch rasiert für YouTube. Für euch alle und für mich natürlich auch. Die Send wird dort gereinigt. Ich habe hier gerade einen Blick gelesen. Erni Berni Ecclson ist nicht mehr Formul-1-Direktor. Oder Formul-1-Leiter. Er ist nur noch Ehrendirektor der Formul-1. Er hat eigentlich die ganze Leitung der Formul-1 abgegeben. Aber wenn man es gegeben hat, weiss ich nicht. Aber er ist auf jeden Fall nur Formul-1-Leiter. Und ich habe jetzt eine schnee weisse Zehnte. So schnee weisse wie der Schnee. Weisse wie der Schwan würde gehen lassen. So noch mal. So noch mal.